Ich sehe, dass sie eine Verletzlichkeit zeigen konnte. Das ist der Schlüssel zu ihrem Geheimnis. Sie hatte diese Wirkung auf Frauen und auf Männer. Sie hatte Respekt vor niemandem. Sie hatte Respekt nur vor ihrer eigenen Würde. Sie hatte nur Respekt vor ihrer eigenen Dignität. Sie war wahrhaftig. Das ist die beste Lehre, die ich von ihr gelernt habe. Wahrhaftig sein im Leben. Wenn Sie zurückschauen, bereuen Sie etwas von dem, was Sie in den letzten Jahren getan haben? Ich habe nichts zu bereuen. Ich bereue höchstens, was ich nicht getan habe. Das ist das, was ich getan habe. Das ist das, was ich getan habe.